Endlich zurück in die Thronen-Rolle. Wir sind jetzt nahe, Mann. Eine Rekordung ist an der Hand. Oh mein Gott. Boah. So. Äh, ich denke jetzt einfach mal so rum, also wenn ich so mache, geht's. Mal gucken, ob das jetzt, ob diese Vermutung stimmt. Äh, äh, ah. Ich glaube, ich kapier's. Und hoch. Ah, und dann kann ich mich wahrscheinlich, ah, da kann ich mich ranhangeln. Hey, warum geht das Ding weg? Manu. Und was wird das hier? Au. Oh. Ich wollte da doch nur ran. Mann, ey. Und hoch. Äh, klappt nicht. Mann. Ey, langsam reicht's. Oh. Ich will doch bloß in diese andere Richtung da. Warum darf ich das nicht? Ist das verboten oder so? Wenn ja, dann sagt mir das bitte. Und hopp. Und schnell rüber. Oh. Ne, cool. Da gibt's Elixier. Mehr nicht. Mann. Äh. Ist da nix mehr. Scheiße. Okay, jetzt muss ich's nur noch bis da drüben schaffen. Ja, hab ich's geschafft. Hurra. So. Dieses Ding werde ich sicher nicht treffen. So. Und hoppa. Und hoppa. Was passiert hier? Oh Gott. Oh Gott. Schnell runter. Äh. Es klappt sogar. Äh. Ja. He he. Ne, 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 ne. Ihr habt mich nicht gekriegt. Hurra. So. Diese Dinger. Die werden da jetzt. Ey. Cool. Es ist nicht zerschmettert worden. Boah. Ha, ha, ha. Jetzt. Ha, ha. Du kannst mir nix. Ne, ne, ne. Ah. Hilfe. Schnell weg. Äh. Boah. Ich dachte wirklich, gleich, gleich trifft's mich. Ja, ha, 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 ha. Ne, 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 ne. Äh. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Okay. War ja nicht mal knapp, ey. Ich dachte, das wär knapp. Ey. Ich will da durch. Ich will da durch, du Ding. Ja, genau. Lass mich durch. So. Jetzt. Ha, ha. Jetzt lassen sie mich beide durch. Und jetzt lassen sie mich alle durch. Und Hilfe. Aha. Also als ob das schwer wäre oder so. Oh, oh. Scheiße. Scheiße. Ja. Oh. Da hinten. Wieso ist das dann nicht weitergegangen? Kann ich das ziehen? Nö, kann ich nicht. Da ist zu Ende. Scheiße. Boah. Okay, nächster Raum. Hey. Was haben wir hier? Wieder böse Waffen, die mir Böses wollen. Wahrscheinlich. Und hoch. Ha. Oder? Ja, noch passt's. Äh. Lieber so. Oh, fuck, fuck, fuck. Ist das unfair. Ey, cool. Das hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Ich mach's nochmal. Ha. Ey. Wow, nein. Das war nicht geplant so. Und hopp. Jetzt warte ich. Jetzt warte ich. Jetzt warte ich. Und jetzt springe ich. Ha. Los. Ne. Au. Mann. Ey, ist das eklig. Ist das widerlich. Es könnte nicht schlimmer sein. Nein. Es ist so eklig, sag ich nur. Ach nee, ich muss doch da lang hoch. Und. Tu mir nichts. Ha. Ha. So. Jetzt ist er. Oh nein. Schnell. Boah. Boah. Ha. Hoch. Hoch. Schnell rüber. Und. Hier ranhangen. Ah. Runter. Runter. Run. Ne. Wie fliegt der denn? Mann. Hä. Äh. Das ist doch jetzt ehrlich. Das war doch jetzt nicht ernst, oder? Also, der Prinz hat mal wieder gezeigt, wie toll er in Richtungen fliegen kann, die die Welt niemals erfunden hat. Er fliegt nach Nord, Süd, West. Äh. Drei Punkte. Äh. Runterfall Land. Uah. So. Jetzt aber. Äh. Also, langsam wird er doof, oder? Alter Prinz. Prinz. Tu mir das nicht an. Ich muss doch noch Kinofilme machen, und so. Und. Ah. Ich weiß auch nicht. Und hopp. Und hoch. Und. Springen. Nein. Nein. Jetzt darf ich wieder. Ah. Jetzt darf ich wieder hier anfangen. Na super. Sehr klasse. Sehr schön. Hast du fein gemacht. Prinz. Ah. Äh. Darf ich wieder trinken? Mann. Jetzt darf ich dieses ganze Level nochmal von vorne spielen. Toll. So. Jetzt aber. Jetzt ganz schnell durch. Durch alles. Und hoch. Ah. Das musste so. Das musste passieren. Das war klar. So. Aha. Jetzt gleich hier rüber. Einfach. Und runter. Ich könnte diese Dinger natürlich auch festfrieren. Aber bringt mir das wirklich was, wenn ich es auch so machen kann? Nee. Eigentlich nicht. So. Und jetzt bin ich schon wieder. An dieser Stelle, die ja so unglaublich schwer ist. Oh. 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 Jetzt habe ich aber Angst. Ja. Ah. Töte mich doch. Fall auf mich drauf. Und tu mir nichts. Das ist lahm. Das ist langweilig. Die Stelle, die hätten sie echt schwieriger machen können. Andererseits, mir fällt gerade auf, ich hätte diesen Block gar nicht gebraucht. Scheint mir. So. Ich glaube, ja wozu ist der denn gut? Tut der was? Macht der die Tür auf? Nee. Macht er nicht. Also, ich kann, falls mir wieder dieser blöde Tod widerfährt, der ja so blöd ist und wo ich so tot bin, dann werde ich mal probieren, ob ich da auch ohne das Teil durchkomme. So. Und hoch das Bein. Nein, doch noch nicht. Jetzt warte ich. Ah, erstmal die Schnodder hochziehen. Ich bin übrigens ein kleines bisschen verschnupft. Das ist aber nicht so schlimm, habe ich gehört. So. Ja, ich habe es überlebt. Aber ich will was testen. Ich will was wissen. Vor allem. So. Ist da noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Gut. Runter. Sonst sterbe ich wieder und dann darf ich wieder sonst wo anfangen. Oh, geil. Oh, geil. Oh, los, los, los. Fall rein. Autsch. Ja, genau so, Mann. Brz. Na komm. Browns. Los, nochmal. Und fall runter. Oh, scheiße. Zu spät. Na komm. Ja. Los, los. Geht runter. Och Mann, ey. Ja, musste ich ihn halt so töten. Okay. Puh. Als ob das schlimm wäre. Ja, sie haben ihre eigenen Leute getötet. Cool. Da, habt ihr gesehen? Äh, ich weiß nicht, ob man es so sieht. Aber dieses Vieh schießt auf seinen eigenen Typi. Bams. Haha, ne ne ne. Dich friere ich ein, sonst kommst du noch runter. Ah, so, das Ding ist eingefroren. Jetzt kann ich hier in Ruhe metzeln. Ich kann in Ruhe metzeln dann. Ja, das kann ich. Was ist da unten? Und vor allem, was ist da drin? Da kann ich nicht rein. Okay, dann muss ich runter. Ui. Und zack. Was haben wir hier? Oh. Wir haben mal wieder Sand. Ach, Sand. Oh, schön. Oh, schon wieder dieses Portal. So ein Ding. Oh, ja, bla. Kennen wir schon. Kennen wir schon. Wie komm ich hier weiter, frage ich mich. Ich schätze, ich weiß es. Nein. Äh. Sela, hä? Ah, da ist ja so ein Teil zum Schieben. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Wie unfair. Wie uncool. Ja, Bausparvertrag her. Wow. Gleich passiert's. Gleich passiert's. Gleich passiert's. Gleich fällt's runter. Oh, ist es runtergefallen. Wer hätte das gedacht? Ja, passiert doch eh nix. Komm. Komm. Schneller, Prinz. Schneller. Oh, das sah knapp aus. Aber war's das auch? Ey, ich wollte da rüber. Ich wollte gucken, ob da noch was ist. Nö, scheint nicht so. Moment mal. Ah. Ich kann so machen und dann tut's nicht weh. Ich warte lieber nochmal, bis es runtergekommen ist. Na, jetzt. Los, Prinz. Und wieder hoch. Ha. Boah, das ist ja... Das ist ja schwer. Boah, ist das ein Rätsel, ey. Es ist das schwerste Rätsel im ganzen Spiel. Das muss ich mal echt sagen. Und auch das Kürzeste, ne? Ist klar. So. Was passiert, wenn... Ich probier's lieber nicht aus. Wenn ich einfach dran hängen bleibe, naja, dann krieg ich wahrscheinlich Schaden. So, wenn ich jetzt hier stehe, dann passiert mir nichts. Es war ja mal wieder typisch. So, jetzt bin ich in dieser komischen ätherischen Ölwelt.